Und wenn ich Mörtel höre, dann denke ich auch immer an den Äußernis. Singgemeinschaft Östernis ist sicher auch mit dabei, natürlich. Östlich von Hermago, also jetzt sind diese Arte Eck und Götzsch auch hier eingemeindelt, aber die waren doch stark. Ja, sie sind natürlich sehr unbricht, die Pferde. Ja, sie sind natürlich sehr unbricht. 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 Ja, sie sind natürlich sehr unbricht.